Nicht? Ja, macht einen Schlüsselhaken oder Kleiderhaken so aus. Also angeblich hat er die Hand hier beim Bombenbauern verloren. Mhm, mhm. Genauso wie ein Auge. Ich meine, es ist schon wieder so eine Fresse, wo du denkst, der sieht aus wie ein Superschurke. Nein, wie ein Schurke halt. In einem Bond-Film, ja. Welche kaputten Leute hören dem noch als Prediger zu, ja? Ich meine, da kannst du dir echt Captain Hook anhören. Ja. Man wollte ihn sogar noch entführen, also der französische, äh, französische Geheimdienst Direction Générale de la Sécurité Exterieur. Man wollte ihn kidnappen, ihn in eine Fähre verfrachten und dann nach Frankreich bringen. Man vermutete, algerische Terroristen wollten einen Anschlag verüben auf die Fußball-Weltmeisterschaft 1998. Und man dachte sich, ähm, wir nehmen einfach diesen Hassprediger aus der Zirkulation. Ähm, man nennt London inzwischen schon Londonistan. Die Franzosen sind also so wütend auf die Briten, die natürlich auch ein doppeltes Spiel spielen. Das heißt, viele von den Hasspredigern arbeiten eigentlich für MI6, äh, beziehungsweise MI5. Das ist natürlich eine andere Story. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch genügend Hassleute. Nicht jeder radikale Dschihadi ist auf der Gehaltsliste direkt. Der, der CIA weiß das oder, ähm, arbeitet bewusst und gerne für die CIA, sondern da gibt es ein sehr, sehr großes Hasspotenzial da draußen. Man muss das, also das Thema auch wieder pornologisch analysieren, psychologisch analysieren. Ansonsten versteht man es nicht und verrennt sich. Äh, hier ist es weiter im Artikel. Ähm, ein, äh, also das ist so eine Gruppe, so eine, anscheinend so eine, so eine, wir haben uns alle lieb Gruppe, die jetzt diese Enthüllungen gemacht hat. Ähm, das heißt, woher haben sie diese Informationen her, könnte man sich fragen. Der Plan war es, sich auszugeben als Mitglieder der britischen Nazi-Gruppe Combat 18. Man hätte es den Leuten also angehängt. Ähm, es gab ja diesen Nagelbombenanschlag und die Franzosen wollten Todesdrohungen schicken. in dem Stil der Combat 18-Gruppe an den, äh, Hasspriester und ihn dann töten, auf die Art und Weise, wie Combat 18 normalerweise tötet. Irgendwann wurde dieser Plan abgebrochen und nicht weiter verfolgt. Äh, es gab dann einen weiteren Plot, einen weiteren Entführungsplan. Ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, die Franzosen waren absolut angepisst. In Bezug auf die, die Briten. Und, ähm, keine Kommentare soweit von dem DGSE. Er wurde letztes Jahr ausgeliefert nach einer juristischen Schlacht, die eine Million Pfund kostete. Äh, okay. Das also hier, äh... Ja, für die ist das eine simple Rechnung. Juristische Verhandlung, eine Million Pfund. Gewährpatrone, vielleicht 303. Ein Pfund. Eins, fünf Pfund. So in etwa, ja. Das ist eben, äh, das ist eben die Rechnung, wenn man sagt, wir bekämpfen Terrorismus mit Terror. Das also unser... Äh, und, wie gesagt, es ist, äh, diese Fälle häufen sich inzwischen, äh, viele verschiedene Player beteiligen sich an diesen Spielchen. Hier haben wir eine Story von, von dem Politically Incorrect Blog. Imam Idris, helfen Sie Hamed Abdel Samad. Ein, äh, Islamkritiker mit deutschem Pass, soweit ich das verstanden habe. Wurde jetzt entführt in Kairo, vermutlich von den Muslimbrüdern, aus deren Umfeld wurde im Juni die Todesfadwa gegen den in Deutschland lebenden Islamaufklärer verhängt, die sogar im ägyptischen Fernsehen ausgestattet wurde. Eine Fadwa ist ein Rechtsgutachten. Ähm... Also, der Typ, ähm, der hat mal mit, ähm, Henry Broder die Sendung Entweder Broder zusammen gemacht. Und er hat ja auch dieses, ähm, dieses eine TV-Format, äh, gemacht. Also dieses, dieses hauptsächlich von ägyptischen Christen gemachte, islamkritische TV-Format. Und da spricht eben Abdel Saddam auch über, ähm, über das psychologische Profil von Mohammed. Und sie haben dann halt Psychologen da. Und klar, Mohammed war ein narzisstischer, gestörter, völlig verrückter, okay? Eigentlich ein völlig verrückter Penner, aber der hat's dann, der hat's dann halt irgendwie auch hoch in die Hierarchie gestört. Und jetzt folgen diesem idiotischen Kult, äh, Millionen von Menschen. Und wenn die den wirklich entführt haben in Ägypten, ähm, dann ist der eigentlich tot. Der ist tot. Der wird jetzt, äh, wenn er noch nicht tot ist, dann wird er wahrscheinlich jetzt, ähm, in irgendeinem Keller hocken, ein paar Mal gefilmt werden, bevor sie ihm den Kopf runterschneiden. Weil, ähm, als, ähm, konvertiert zum Christentum ist schon mal klar, du bist tot. Und wenn du dann noch den, äh, Propheten Mohammed, der ja so heilig ist, einen narzisstischen Irre nennst, und das im schlimmsten Fall auch noch, äh, wissenschaftlich untermauern kannst, dann sowieso. Ja, und nicht, dass, dass man uns falsch versteht, ähm, man kann genauso gut als das Alte Testament angucken und, äh, sich fragen, was für eine Art Gott ist das in dem Alten Testament? Eine narzisstische Fantasiegestalt, eine Fantasievorstellung, rachsüchtig, grausam, möchte eigentlich die ganze Zeit nur angebetet und verehrt werden. Und, äh, wenn nicht genügend Verehrung kommt, dann, äh, äh, murkst der schon mal ganze Völker ab. Oder befiehlt ethnische Säuberungen. Dann murkst du deine Erstgeborenen ab. Befiehlt auch ethnische Säuberungen, dass da mit Mann und Maus, äh, andere Stämme da, andere Völker, äh, gekillt werden. Also, wie gesagt, ich, äh, ähm, ich habe auch schon Texte gelesen, wo Leute auch andere religiöse Figuren psychologisch analysiert haben, weil eben festgestellt haben, naja, ähm, da gibt es nicht sonderlich viel dran zu deuteln. Aber, wie gesagt, das ist halt einfach dann, ähm, das entwickelt dann diese, diese Eigendynamik. Und, äh, pornologisch betrachtet ist es natürlich ein, äh, ja, ein, ein, ein sehr, sehr, äh, eine problematische, problematische Gruppe. Denn, ähm, denn das Wissen um diese Psychologie ist ja, äh, völlig tabu eigentlich oder wird völlig verdrängt. Ähm, man spricht auch immer im Zusammenhang von muslimischen, äh, Denkrichtungen immer vom Gruppennarzismus. Äh, das Ganze sieht man ja in, in Ländern wie, wie Pakistan oder, äh, oder sonst wo immer. Dass einfach dann Dinge, die für uns zumindest, äh, völlig inakzeptabel sind, die dort als normal gelten, die dort als männlich gelten. Und, äh, wir spüren die Auswirkungen auch hier in Deutschland, also, was weiß ich, da hat jemand, äh, mich, mich, äh, komisch angeguckt oder, ähm, hat mich zu lange angeguckt und ich fühle mich in meiner Ehre verletzt. Also muss ich den jetzt, äh, so auf den Kopf schlagen, bis er mit dem Kopf dann auf dem, auf dem Boden auch schlägt und er tot ist. Ähm, das ist alles, das ist alles narzisstische Dynamik, narzisstische Verletzungen. Und, ähm, Leute versuchen das immer, immer noch religiös zu analysieren oder versuchen das irgendwie ideologisch zu analysieren und sagen halt, ja, aber hier, ja, aber da, aber die anderen, die haben, anderen haben noch auch und so. Und das Ganze bringt einfach nichts. Sondern man muss sich halt eben angucken, okay, ähm, welche vernünftigen Leute gibt es, ähm, gibt es bei den Muslimen? Es gibt so viele Muslime, die unter dem muslimischen Establishment leiden. Ich glaube, die meisten Opfer der, die, 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 die meisten zahlenmäßig, die meisten Opfer des Islam sind, sind, äh, Moslems. Äh, ist das nicht korrekt? Klar. Äh, ich hab hier irgendwo, ich hab hier irgendwo ein Video im Moment, um das vielleicht ein bisschen zu untermauern. Weißt du, Islam, Islam ist eigentlich ein gigantischer Genozid an den Arabern. Ne, es wurde ja historisch 80.000 Leute ermurkst vor, vor, äh, vor, vor, vor langer Zeit, also vor, glaube ich, im siebten Jahrhundert oder sowas, oder, äh, 80.000 Leute ermurkst, treue Krieger, treue Kämpfer, weil sie ihre Steuern nicht bezahlen wollen, wollten? Sowas, ja, ich mein, schau's dir an, da unten, äh, ich mein, Libanon war mal eine total christliche Nation, Palästina war christlich, das waren alles christliche Nationen und Persien, wo halt jetzt das Mullah-Regime mit den bösen Zauberern an der Spitze herrscht, äh, das, das war, äh, zaratustrisch, das hatte mit keiner von diesen zwei, äh, drei Buchreligionen was zu tun, aber nee, sie haben es erobert, sie haben die, sie haben dann sogar Logik der Philosophie, der griechischen Philosophie von Logik den Krieg erklärt, haben die, äh, Bibliothek von Alexandrien niedergebrannt und, äh, nur vielleicht, um mal auch so einen kleinen Sprung zu schaffen und zu unserem kulturellen Hintergrund dieses mit dem Schief anschauen, das hat ja, äh, Kaiser Wilhelm auch so mal gesagt, macht, äh, so gesagt, äh, während dieses Boxeraufstandes, hey, wenn noch ein, äh, Kuli irgendeinen deutschen Schief anschaut, dann werden wir da wüten wie die Hunden und gestörte Menschen ticken in dieser Art überall gleich, gestört halt. Äh, also wie gesagt, die, nee, äh, wenn ich mir auch teilweise die islamkritische Szene angucke, da findet man natürlich auch, äh, findet man natürlich dann auch, äh, äh, eklige Neonazis, ähm, da kann man auch nicht einfach so reflexartig ideologisch sagen, nein, nein, äh, alle, die jetzt in meiner Szene drin sind, in meiner islamkritischen Szene drin sind, das sind alles super Leute und auf die lasse ich gar nichts kommen. Und so verbreitet sich dann einfach die Geisteskrankheit und dann schaukelt sich der Konflikt hoch und, ähm, die Leute hauen sich die Köpfe ein zugunsten von, äh, Third Parties, also von, von Leuten, die dann diesen Konflikt natürlich aussitzen in ihren Schlösschen. Wollte ich dir noch eine Sache zeigen, da hängt hier gerade dieser, äh, dieser Browser und zwar ist das hier, ähm, zwar ist das hier ein Video von, ähm, von der Bestrafung einer alten Frau, man peitscht hier eine alte Frau aus, äh, öffentlich. Und zwar hier... Du meinst, man bereichert sie kulturell? Jaja, man bereichert sie im Moment, hier haben wir das Video, muss ich gleich einblenden. Ja, müssen wir uns jetzt diesen Snuff-Film anschauen. Naja, nicht allzu lange. Das Publikum hört jetzt den Ton im Hintergrund ein bisschen, das denke ich, ist, ist förderlich. Also man hört, man hört, die Dame ist tatsächlich sehr, sehr alt. Ich frage mich, was ihr Verbrechen war. Okay, ich glaube, den Rest noch lieber ohne Ton. Also Leute gucken dazu und, äh, und halten das für Justiz. Ich meine, es gibt unzählige solche Beispiele, aber sie, sie wissen, äh, sie wissen, denke ich, was ich meine. Natürlich, wenn, wenn eine Gesellschaft dann, äh, zu, zu verweichlicht wird und jedem Konflikt aus dem Weg geht und, äh, äh, dann, äh, ist es natürlich auch sehr, sehr problematisch, denn ein, ein gesunder Mensch hat einfach einen Sinn für, für das Notwendige, hat einen Sinn für, für Maß, äh, hofft, dass er alles, dass er das, was er tut, richtig macht und, äh, versucht halt immer mit der Verantwortung richtig umzugehen. Psychologisch deformierte Menschen genießen, äh, äh, genießen die Gewalt gegen Unschuldige oder gegen Schwache. Äh, sie genießen einfach den Akt an sich, ja. Sie genießen nicht, okay, ich hab hier was Sinnvolles gemacht, was Wichtiges, sondern sie genießen den Akt an sich. Äh, kennen kein Maß und halten sich für, ja, für erleuchtet, für Götter oder zumindestens für, äh, göttlich gesegnet. Das, meine Damen und Herren, ist der, der ganz, ganz wichtige Unterschied. Äh, hier haben wir noch, äh, die SPD-Kita. Genau, hier haben wir eine Story, Leipziger SPD genehmigt, Fethullah Gülen-Kita. Das heißt, jetzt seit einigen Monaten erfreut sich die Leipziger SPD vieler neuer Mitglieder mit Namen wie Hassan, Bünjamin, Murad Abdullah und so weiter. Ähm, viele haben beim geschlossenen Partei-Eintritt diese Wohnadresse angegeben und keiner hat wirklich Interesse an der Partei. Dafür haben sie einen Bezug zur Gülen-Sekte. Und nun genehmigte der Islam, äh, bekamen sie eine Kita in Leipzig. Ähm, Betreiber der Kita ist das Sächsische Bildungszentrum e.V. dessen Geschäftsführer namentlich auch auf der Gülen-Schönfärber-Plattform Hizmet.de als seine Schütze geführt wird. Gülen-Bewegung betreibt deutschlandweit etwa 150 sogenannte Lichthäuser. Es handelt sich um Bildungszentren, Islam-Kaderschmieden, wird sie gesagt, äh, lautet der Vorwurf. Ähm, Also Professor Ursula Spuler-Stegemann, Islamwissenschaftlerin von Uni Marburg, sagt er, was hier geschieht, ist exemplarisch. Ähm, weil es ein Versuch ist, mal ein Vorpreschen ist. Wie weit kann man gehen? Was kann man besetzen? Wie kann man sich einbringen? Immer wieder mit dem Interesse, die Gülen-Bewegung voranzutreiben. Äh, und, ähm, das heißt hier, ihrer Ansicht nach, neben den Moslem-Brüdern, sind auch die Fethullah-Gülen-Leute führend für einen Islamismus in Deutschland. Äh, stattdessen sagt er, schreibt die Leipziger Volkszeitung, Zitat, Grünen-Fraktionschefin Katharina Kreft beharrte, deutsche türkische Herkunft haben einen Bildungsverein gegründet und wollen ihr Geld hier für das Wertvollste ausgeben, das wir haben, unsere Kinder. Das ist ein Stück weit vollendete Integration. Okay, ähm, ja, also, wie gesagt, wenn, wenn das nicht so verlogen wäre und die Linken halt eben zugeben würden, dass das, dass das Konservativste des Konservativsten ist, was hier Verbreitung findet, ähm, dann wären sie eigentlich total dagegen, ja, aber es gibt halt eben dieses, das ist ein Stück weit vollendeteig, Vielen Dank.